Ich war sechs Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Aber es ging alles furchtbar schief. Macht ist die neue Währung. Und dank eurer Schwäche ist es leicht, reich zu werden. Wir brauchen Leute und Ressourcen. Was ist mit dieser Gruppe im Norden? New Eden. Ein Deal mit New Eden. Wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Nach allem, was ich getan habe. Und nach allem, was wir durchgemacht haben. Sucht ihr ausgerechnet Hilfe. Bei mir? Ihr müsst wirklich verzweifelt sein. Auf die Hoffnung. Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Also, τι muss ich... Was ist mit der A KEF? Was ist mit dem TraumС